so da sind wir schon wieder zurück und die letzte aufgabe ist quasi auch endlich mal zu lesen nämlich suche das versteckte f im ladebildschirm neue welt neue welt spinnt weil ihr seht ihr wo wir sind und wo die hingucken ihr werdet jetzt den boobie hingehen dazu gehen wir das war schon so ist nämlich eigentlich ziemlich simpel nämlich einfach bei lazy lake aber rechts auf den berg quasi wo das e ist genau rechts daneben aber wie gesagt ich werde es euch natürlich jetzt zeigen ich brauche es ja selber von daher kann man auch gerade mitmachen und natürlich wenn du neu auf dem kanal bist gerne abo da lassen gerne bleibt da lassen wenn du noch ganz viel langeweile hast eventuell sogar noch ein kommentar und wie gesagt ihr seht hier unten den code alle zehn abonnenten kommt eine zahl hinzu wenn du mehr wissen willst darüber guck einfach mal in der video beschreibung vorbei da habe ich ein extra video gemacht wo ich mich einmal vorstelle und auch genau erkläre wie das mit dem code funktioniert so hier unten sehen wir nämlich schon die drei gucken nämlich schön zu lazy lake rüber ich weiß nicht mal ob es wirklich genau der berg sein soll aber wie gesagt wir müssen genau auf diesen berg da müssen wir hin ich hoffe wir können auch jetzt direkt hin ohne dass uns irgendjemand auf den keks geht aber das müsste eigentlich safe gehen die ist ziemlich weit weg von der normalen flugroute dann aber falls ihr euch fragt woher ich das habe keinen wundert euch nicht selbst ich muss nachgucken im internet und gottes willen ist nicht so als wäre ich allwissend jetzt was denn jetzt das sind fünf fehler schon nie gesehen so irgendeiner fliegt eh auch dahin bettig drum 1 2 3 irgendeiner fliegt mit uns gerade weil da auch die kills zu machen sind und ich weiß nicht manche fallschirm auf man soll jetzt hier muss man sicher gehen nicht dass wir den berg noch hochklettern müssen aber ich habe überhaupt keine dafür was haben wir eigentlich noch für aufgaben das f die angel noch und den 10 meter tragen so wie gesagt hier müssen wir hin und da kommt auch schon das f genau hier hin und schon haben wir die aufgabe geschafft ich hoffe ich konnte euch halt wie gesagt damit helfen schrecklich doch nicht so und lasst mir dafür gerne ein abo da wie gesagt support ist kein mord da unten ist schon einer aber an der stelle würde ich sagen war es das ich zeige es noch wie gesagt lazy lake am e rechts an dem berg guckt auf der minimap und in dem sinne würde ich sagen haut rein und viel spaß dann geht's dann geht's dann geht's